Wusstet ihr, dass sich auf eurem Windows-Systemlaufwerk bis zu drei verschiedene Dateien befinden, die möglicherweise unnötigen Speicherplatz auf eben diesem Laufwerk benötigen? Gemeint sind die Dateien PageFileSys, SwapFileSys und HyperFillSys. Für was diese Dateien genau sind und wie man diese gegebenenfalls sogar loswird, um mehr Speicher auf dem Systemlaufwerk frei zu haben, seht ihr jetzt. Zunächst schauen wir uns besagte Dateien einmal im Windows-Dateiexplorer an. Bei den Dateien handelt es sich um Systemdateien, welche standardmäßig versteckt sind. Um diese Dateien sichtbar zu machen, müssen wir folgende zwei Dinge tun. Wir klicken im Windows-Dateiexplorer am oberen Rand auf die drei Punkte. Hier wählen wir nun Optionen aus und wechseln auf den Reiter Ansicht. Jetzt suchen wir in der Liste nach Geschützte Systemdateien ausblenden und entfernen hier das Häkchen. Jetzt noch das Fenster mit OK schließen und der erste Schritt ist getan. Wenn die Dateien jetzt noch nicht sichtbar sind, klicken wir noch am oberen Rand auf Anzeigen und wählen hier unter Einblenden ausgeblendete Elemente aus. Spätestens jetzt sollten die Dateien sichtbar sein. Neben den genannten Dateien PageFilesys, SwapFilesys und HyperFilesys tauchen jetzt noch weitere Dateien und Ordner auf. Diese ignorieren wir. Es empfiehlt sich, die Einstellung für die Systemdateien später wieder auf den Standard zu setzen. Zum einen, damit die Ordner überschaubar bleiben und auch um zu verhindern, dass man eine wichtige Datei oder Ordner löcht. Kommen wir jetzt zu den Dateien. Zunächst ein Hinweis. Die Datei HyperFilesys ist häufig nicht vorhanden. Das hängt von der Konfiguration des Systems ab. Hierzu gleich mehr. Die beiden anderen Dateien sollten standardmäßig vorhanden sein. Beginnen wir mit der Datei HyperFilesys. Bei dieser Datei handelt es sich um eine Datei, die dazu verwendet wird, den Inhalt des Arbeitsspeichers auf dem Systemlaufwerk zu sichern, wenn man den PC in den Ruhezustand versetzt. Hier ist anzumerken, dass dies nur für den Ruhezustand gilt, nicht für den Energiesparmodus. Der Unterschied ist hier, dass beim Ruhezustand der PC im Grunde ausgeschaltet wird. Um sicherzustellen, dass man im Anschluss dort weiterarbeiten kann, wo man aufgehört hat, werden Daten aus dem Arbeitsspeicher in die Datei HyperFilesys geschrieben. Beim nächsten Start des PCs wird Windows nicht komplett neu geladen, sondern aus dieser Datei. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir die Arbeit genau dort fortsetzen können, wo wir aufgehört haben und auch der Start geht schneller, als wenn Windows neu geladen werden müsste. Allerdings ist hier anzumerken, dass bei der Verwendung einer schnellen SSD der Ruhezustand besser deaktiviert sein sollte. Zum einen ist die Ladegeschwindigkeit mit einer SSD ausreichend schnell und zum anderen wird, bei jedem Wechsel in den Ruhezustand, der Inhalt des Arbeitsspeichers auf die SSD geschrieben. Das ist auf Dauer nicht so gut für den Datenpräger. Beim Energiesparmodus bleiben die Komponenten, wie zum Beispiel der Arbeitsspeicher, mit Strom versorgt, damit die Daten nicht verloren gehen. Dadurch, dass der PC im Energiesparmodus nicht wirklich ausgeschaltet wird, funktioniert das Fortsetzen aus dem Energiesparmodus quasi ohne Unterbrechung. Zurück zu unserer Datei. Diese kann ordentlich Platz auf dem Systemlaufwerk belegen. Häufig wird der Ruhezustand jedoch gar nicht verwendet oder man kann meistens auch gut auf ihn verzichten. Der Ruhezustand lässt sich relativ einfach aktivieren bzw. deaktivieren. Hierzu benötigen wir eine Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten und einen einfachen Befehl. Schauen wir uns das genauer an. Mit diesem Befehl deaktivieren wir das Ruhezustand-Feature und löschen so gleichzeitig die Datei Hyperfill-Sys. Die Option Ruhezustand ist anschließend, zum Beispiel über Start, nicht mehr verfügbar. Durch diesen Befehl aktivieren wir das Ruhezustand-Feature wieder. Die Datei Hyperfill-Sys wird hierdurch sofort wiedererstellt und belegt entsprechend Platz auf dem Systemlaufwerk. Wie man in meinem Fall sieht, werden sofort über 25 GB an Speicherplatz reserviert. Kommen wir zu der nächsten Datei, swap-file-sys. Bei dieser Datei handelt es sich um eine Art Gegenstück zur Auslagerungsdatei, zu der wir gleich noch kommen. Mit dem Unterschied, dass diese Datei, swap-file-sys, aktuell jedenfalls nur für Microsoft Store-Apps verwendet wird. Microsoft Store-Apps sind auch unter Universal-Apps und Metro-Apps bekannt. Auch hier gibt es eine Option, um diese Datei komplett zu entfernen. Genauer gesagt, deaktiviert man das Auslagerungsdatei-Feature für besagte Store-Apps. Es besteht in der Regel kein Bedarf, diese Datei zu deaktivieren. Falls ihr das aber dennoch tun möchtet, das geht so. Zunächst öffnen wir den Windows-Registrierungs-Editor. Jetzt navigieren wir zu diesem Schlüssel. Hier ändern wir den Wert Swap File Control von 1 auf 0 und starten anschließend den Rechner neu. Sollte der Wert Swap File Control nicht vorhanden sein, so müsst ihr diesen zunächst erstellen. Hierzu einfach mit der rechten Maustaste in die rechte Fensterhälfte klicken und unter Neu die Wörtwert 32-Bit wählen. Als Name vergeben wir entsprechend Swap File Control. Anschließend können wir den Wert einfach doppelt anklicken und wie gewünscht ändern. Auch hier müssen wir den Rechner natürlich neu starten. Anschließend ist die Datei verschwunden und der Speicher entsprechend freigegeben. Mehr gibt es zu der Datei Swap File Sys nicht zu sagen. Kommen wir zu der letzten Datei, Page File Sys. Hierbei handelt es sich um die relativ bekannte Auslagerungsdatei von Windows. Um diese Datei ranken sich viele Tipps und Tricks, die aber allesamt situations- und konfigurationsabhängig sind. Im Normalfall kann man diese Datei auf Standard belassen. Hierbei verwaltet Windows diese Datei selbst. Häufig wird diese aber auch deaktiviert. Einfach, weil man nicht möchte, dass Daten auf eine langsamere HDD bzw. SSD ausgelagert werden. Das kann aber zu Problemen führen. Nämlich dann, wenn man wenig bzw. zu wenig Rahmen verbaut hat und der PC einmal mehr Rahmen benötigt, als er zur Verfügung hat. Hier würde Windows dann Teile des Arbeitsspeichers in die Datei schreiben und aus dem Speicher entfernen. Hierdurch würde wertvoller RAM frei, der für etwas anderes verwendet werden kann. Dieser Vorgang ist als Auslagern bekannt. Der gesamte Vorgang bremst das System enorm aus. Außerdem sollte man beachten, dass, wenn Windows diese Datei verwaltet, diese nicht zu stark anwächst. Habt ihr genug RAM und kommt niemals an das Limit, dann kann die Auslagerungsdatei meist auch deaktiviert oder auf einen festen, niedrigen Wert eingestellt werden. Wie man die Auslagerungsdatei auf einen festen Wert einstellen oder diese auch vollständig deaktivieren kann, habe ich bereits ausführlich in einem anderen Video erklärt. Dieses Video verlinke ich euch im Infobereich und in der Videobeschreibung. Und das war es auch schon wieder. Unterstützt mich mit einem Like und lasst einen Kommentar da, wenn ihr Zeit und Lust habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.